Un buongiorno a tutti! La Salumeria oder auch Il Banco Salumi genannt. Ein 24 Monate gereifter Parmigiano Reggiano, ein saftig gekochter Schinken mit Trüffel oder eine unserer feinen Oliven. Oder wie wäre es mit einer Focaccia, billig wie du es magst. Unsere geheime Zutat ist Liebe, aber pssst! Nicht weitererzählen. Ob Fenchel, Pfeffer oder scharfe Salami, gemeinsam schlemmen wir uns durch ganz Italien. Rallo, der Spezialist für Getränke und italienische Feinkost. Du findest uns in Mainz-Mombach auf der Hauptstraße 188. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Aber hallo, hol' ich's bei Rallo!